namaste leute herzlich willkommen zu einem neuen reaction video mit hikaru und zusammen gucken wir uns eines der berühmtesten indischen sängerinnen vor allem playback sängerinnen für die ganzen berühmten schauspielerinnen und zwar geht es um schreya goschal deren stimme ich sehr mag vor neben alka jaknik latta magischka oder sunni die chauhan auf jeden fall eines der bekanntesten berühmtesten schönsten stimmen aus indien und genau gucken uns das video an wo sie kutschme rabbi diktahel singt hat schon 95 million klicks holy shit alter 95 million krass 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 diesen film habe ich auch schon angeschaut mit shahokan und alushka sharma upgrade your ears sonni vor allem live wie man so singen kann ja da kommt man sicher gänsehaut wenn man da ist so engelsgleich die menschen auch wie sie es mit gefühl singt das ist auch ein sehr geiler song das stimmt das ist doch schon ein sehr guter die wow oh my god das ist krass nice also auf jeden fall stetigt sich das wieder also eins der berühmtesten bekanntesten schönsten stimmen aus indien war da gewinnt zwischen falls ihr mehr vorschläge habt könnt ihr die gerne in den kommentaren schreiben das lied ist auch eins meiner lieblingslieder weil sie sind das einfach top also ist echt sehr schön awesome nice genau falls ihr mehr vorschläge habt könnt ihr in den kommentaren schreiben falls euch das video gefallen hat lasst ein like da abonnieren nicht vergessen und ja also ich danke schön fürs zuschauen stay safe und bis zum nächsten video cheerio cheerio pow wow